Oh mein Gott, vorher nicht, muss ich was beichen. Ich hab gepupst. Und wir spielen Bärmbands oder Bärmband oder wie auch immer das heißt. Das Spiel hat kein Menü, deswegen sind wir mit im Geschehen und ich hab keine Ahnung, was hier passiert, wer ich bin, was hier los ist. Aber die Grafik ist schon heftig Crisis-Niveau. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal raus. Hi. Freund oder Feind? Warte mal kurz, du erinnerst mich an wen. Party! Ohne Witz, ich erkenne nicht mal die Gesichter. Hat der überhaupt Augen? Die weiße Brot, wer links ist rechts. Das sind seine Augen. Das sind fliegende Autos. Cool, das sind fliegende Autos. Die Serpien sind von dem Spiel noch nicht so richtig verstanden, aber es sieht ziemlich cool aus. Im Gegensatz zu dir. Warte mal, ich weiß noch, wo wir hier sind. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das sind. Komm schon! Ich will einen Schniedel sehen. Sorry. Ja, ich fühle mich echt sicher hier. Tschüss. So spannend sind Fischer auch wieder nicht. Das sieht nach einem wichtigen Raum aus. Oh, warte. Ist das ein Konzert? Ich bin ein großer Fan. Ihr seht alle so scheißhäßlich aus, ne? Das, mein Freundes, ist Musik in 20 Jahren. Ich meine, Dubster kommt schon ziemlich nah ran. Also in 20 Jahren sitzen wir da alle so vor unseren Kopfhörern. Oldschool. Was ist so ein... Oh nein, hier gehe ich nicht rein. Ja, Bildung. Was soll er denn lernen, sie da? Ein paar Striche und... ein Strichmännchen. Lehrerin des Monats! Meine Antwort ist... Was geht, Bruder? Ich habe das Schulgespänz. Sehe ich auch so. Wen rufst du an? Ich trau dir nicht. Wat da... Natürlich war das nur der Zug. Daim ihr Wotku. Er würde Wotku bieten, blöd. Bisher weiß ich ungefähr so viel über das Spiel. Warte, warte. Was? Geh auf die Toilette, du Dreckskerl. Ey, die ganzen Leute hier sind nur am Feiern. Wirklich in jedem Scheißraum. Okay, anscheinend war ich in jedem Raum und das war das Spiel. Strange. Oh mein Gott, wie cool. Der Gorilla-Simulator, Mann. Was könnte ich... Tja, was habe ich nochmal am Anfang der Folge gesagt? Ich habe es echt nicht gewusst. Sup, Mr. Gorilla? Sir. Your mission is go to the city and kill every human you see. Was? Yo! Wo bin ich? Bin ich das? Holy shit, was soll ich... City this way. Oh mein Gott, so viele Boden. Oh mein Gott, das war definitiv so viele Boden, Mann. Hä? Was zum Teufel? Der gehört aber... Was zum... Was? Was? Was passiert hier? What the fuck? War das nicht eben noch ein Gorilla? Die Lauf-Animation ist so witzig, Mann. Warte mal, sind da gerade Bäume rumgefahren? Alles klar. Lauf doch nicht weg. Ich will dich doch nur knuddeln. Wo kommen diese ganzen Fässer her? Was ist hier los? Was passiert hier? Ich check gar nichts mehr. Ich check gar nichts mehr. Okay, jetzt bin ich anscheinend wirklich tot. Und das Einzige, was von mir überbleibt, ist der Geruch. Okay, Freunde, das war Gorilla-Simulator und ich habe nur einen Kommentar dazu. What did I just play? Und aber es kam ja auch schon zum letzten Spiel und zwar Swamp Sim. Und sobald ich weiß, ist das wie Slenderman nur mit Shrek? Ich glaube, nach dem Spiel hier kann ich nie wieder Shrek gucken. Ohne Witz. Ah, ich muss... What the fuck? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ah. Warum bewegt er sich nicht? Aber er hat mich definitiv gesehen. Wo sind denn die anderen Früchte? Was? Er hat mich nicht? War das jetzt nur ein Jump-Scare? Okay, hier brennt alles, aber ich gehe einfach durch. Kein Ding für mich. Mann, 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 Mann. Was war das? Hey now, you're a rockstar. Was? Okay. Das waren drei ziemlich merkwürdige Spiele. Und bevor wir vor Merkwürdigkeit versinken, machen wir noch was Cooles. Und zwar wird es mir wieder Zeit für eine richtig coole Verlosung. Und zwar könnt ihr das hier gewinnen. Euer Eichn ist ein Blahnikissen. Aber ihr bekommt zusätzlich noch ein Wunschkissen aus dem Mootrush Shop. Das kann zum Beispiel der hier sein. Oder was anderes. Mootrush hat eine mega Auswahl. Und insgesamt gibt es fünf Gewinner. Und in der Videobeschreibung steht, was ihr machen müsst, um zu gewinnen. Also macht mit und bekommt dieses ultra bequeme Ding hier. Und begehrt sich zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bye.